Ja, ihr wollt das Glück gehabt, weg haben, ne? So kenn ich euch. Oh Gott, Fee? Schnell die Fee noch nehmen! Rolle. Oh, Rolle ist gefährlich. Da muss ich echt aufpassen. So, was passiert denn, wenn ich jetzt hier den Schalter beschiebe? Tür ist aufgegangen. Was macht der Schalter? Macht die andere Tür auf, oder wie? Aber... Wie kann ich denn... Wie kann ich denn den... Jetzt sammeln sich die Minuten. Ich bleib stabil. Geht eigentlich auch so ein Topf? Ne, ne? Ne, der geht kaputt. Haben wir hier irgendwo eine Kiste oder so zum draufstellen? Aber nicht. Es sei denn, ich hab sie kaputt gemacht, das weiß ich nicht. Daran Order of Flame fände ich leider nicht. Aber das hast du doch schon mal erwähnt, oder? Wo man da umher fliegt und mit dem Drachen irgendwo... Das hast du, glaube ich, schon mal erwähnt im Chat. Rackern, ja. Ich glaube, das hast du schon mal erwähnt. Okay, gehen wir mal hier rein. Ah, Stairraum, okay. Okay, was machen wir hier? Da ist ein Skuldi. Ja, das ist so cool. Ich erinnere mich aber düster daran, dass ich das auch schon mal... Entweder habe ich es einfach schon mal gesehen oder auch schon mal gespielt. Weil irgendwie erinnere ich mich daran. Was mache ich denn hier? Warum ist hier ein Feuer? Ich laufe einfach mal runter und gucke mal, was passiert. An die Skuldi komme ich leider nicht ran, oder? Boah. Mit dem Stein in die Presse. Doch, wird was? Nee. Er rollt der Stein einfach durch mich durch? Ah, ganz knapp vorbei, okay. Schön, wenigstens Skuldi. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Guck Videobearbeitung. Guck Videobearbeitung? Wie jetzt? So, da sind jetzt überall blaue Schall da drin. Aber das nützt mir ja alles nichts. Da ist eine Kiste. Ja, aber wie mache ich das erste auf? Äh... Habt ihr eine Idee, wie ich das machen könnte? Was ich machen soll? Achso, Videobeschreibung. Ah, okay. Hey, Lady Makoros. Saugeil. Dankeschön. Ja, keine Ahnung, hä? Was soll ich machen? Ich könnte die Kiste zerstören, oder? Das könnte ich machen. Aber was... Wofür ist das Feuer da? Aua. Okay. Jetzt sind die alle offen. Aber jetzt habe ich keine Kiste mehr. Hä? Okay, jetzt geht die Tür auf. Aber jetzt geht es halt wieder zu. Hä? Aber soll ich das jetzt... Hä? Ich habe Feuerpfeile, ja? Ich bräuchte jetzt halt eine neue Kiste. Verstehe... Hä? Verstehe ich nicht. Hä? Verstehe ich nicht. Versteht ihr das? Es muss gedreht werden, Freundchen. Was? Hat einer was gesagt? Möchte einer drehen? Also ich mache die Kiste kaputt, ne? Dann geht das weg. Das hat man jetzt schon kapiert. Der macht auf jeden Fall die Tür auf. Das heißt, wir brauchen irgendeinen Schalter? Ah, okay. Hier passiert das. Dafür kann ich mir jetzt Skuldi wahrscheinlich holen. Da oben ist jetzt... Da oben ist jetzt was drin in der Kiste. Lokler möchte den Dreh einlösen. Okay. Was hast du da für Hex benutzt? Was für Hex? Ich habe keine Hex benutzt. So. Okay. Wird gedreht. Keine Flascheninhalte benutzen. Okay. Ja, das geht klar. Damit komme ich klar. Das Feuer ist jetzt aus. Okay. Ah. Aber wahrscheinlich nicht lange, ne? Hallo, Maike. Hallihallo. So. Schnell, 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 schnell. Küste. Okay. Cool. Und jetzt quasi einmal da drauf. Und dann Tür auf. Und dann rein da. Okay. Cool. Hammer. Was zur Hölle, ey? Dü, 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 dü. Was jetzt? Äh, hä. Dü, 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 dü. So, das war der Nummer 1. Hallo. Zack. Dü, 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 dü. Und zack. Tschü. Das war ja easy. Meine Güte. Warum haben sie da keine 3 Eisenprinsen reingesetzt? Verstehe ich jetzt gar nicht. Mir geht bald der Platz auf meiner Liste aus. Geh zu und schreibt mir auch jeden Tag ganz viele Ideen Also ich hab auch schon ne elend lange Liste, aber das ist gut denn so, ähm geht uns ja auch der Stuff nicht aus, ne Wir haben noch so viele Projekte, die wir machen können Mega gut Link ist leider der Pechvogel Jedes Mal muss er sich aufs Neue beweisen Ja, du kannst ja mit ihm tauschen Lays, du kannst ja mit ihm tauschen So, gehen wir mal hier rein Kann ich eigentlich mit der Kiste durch ne Tür gehen? Dann könnte ich die Kiste nämlich da drauf stellen, theoretisch Ah Ah shit, jetzt geht, jetzt geht das nicht Nein, er saugt sich voll Der Penner Ah nö So jetzt haben wir alle Sehr schön Und da oben ist doch schon der nächste Okay, hier haben wir ne Fackel Ist das denn schön Da brauch ich das Lichtschild, oder? Ne, da haben wir nen Spiegel Könnte auch so gehen Okay, warte, ich mach mal kurz ins Feuerentferno Komm einfach nochmal Des Feuerentferno hinterher Kein Bock auf die Gegner Mist, da ist noch einer Das sind noch ganz viele Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ach shit Wo ist er? Irgendwo muss ein kleiner sein Ich glaub, der ist runtergefallen Kann das sein Okay Äh Da mal Licht Wir haben einen Spiegel Denk wird verprügelt, ja Hab letzte Woche meine Prüfung geschrieben Und warte im Moment auf die Ergebnisse Ja, dann hoffe ich mal Dass alles gut gelaufen ist, Maike Item Tracker? Warum Item Tracker? Ich kann dir das gerne zeigen Das Menü Eva Hier, guck mal Bitteschön Das ist unser Menü Einfach fragen, wenn du das sehen möchtest Kein Problem Kein Problem Äh, nö, Shadow Also es werden aktuell erstmal nur Zelda-Spiele Zelda-Projekte kommen In nächster Zeit So, da oben kann ich dann auch noch Eine Sonne aktivieren Aber da brauch ich Spiegelschild Jawohl Wirklich schönes Menü Kompass, okay Und Tschüss So, das war's ja jetzt hier Unsichtbare Sachen gibt's hier jetzt auch nicht mehr Okay, mach mal die Tür auf Bevor du weiter gehst, würde ich in den anderen Raum nochmal gucken gehen Okay Trink mal die Milch Hä, warum Was habt ihr denn jetzt wieder Milch? Achso, nee Wohin ich nicht Ich trinke keine Milch Aber Ich kann den ja nicht benutzen Ich komme ja nicht in den anderen Raum rein Es sei denn, ich kann die Kiste mitnehmen Dann müssen wir das mal ausprobieren, ob das geht Aua Du Sack Also Ariana Wenn du nur den Stream likest, wenn ich Milch trinke Dann können wir es auch lassen Guck, warte mal Dann mach ich das jetzt zu, ne Dann Da erscheint, glaub ich, eine Kiste Ah, nee, shit, das war falsch Ah Zack Dann war das Der hier Kiste ist da Feuer müsste aus sein Milch ist lecker ungesund Ja, geht nicht Glaube ich, oder? Oder habe ich es verkackt? Ich habe es, glaube ich, verkackt Okay, wir machen es nochmal Warte, warte, warte Also entweder habe ich es verkackt Oder es geht nicht Wir probieren es nochmal Und stärkt die Knochen Link hat wegen der Steinkugel schon so gelitten Zähl, Junge Geht gleich zum Kühlschrank und trinkt Ja, genau Ich hole mir eine real Milch Genau, das ist eine gute Idee Das ist doch eine gute Idee So, haben wir jetzt eigentlich Ne, da ist jetzt keine Kiste Also ich glaube Das hier macht gleichzeitig auch eine Kiste Vor allem die gute Milch von der Lon Lon Farm Oh ja, das wäre gut, wenn wir so In real life eine schöne Lon Lon Milch hätten Das würde ich feiern Da hätte ich Bock drauf Ja Ich habe im Supermarkt auch immer Milch auf Lager So, warte Ne, geht nicht Kann ich nicht mitnehmen Geht nicht Drop Aber den Den kriege ich nicht hochgeschoben Meint ihr, es gibt irgendwas Wenn ich alle Gegner töte Oder gibt es irgendwas Unsichtbares hier noch Was ich da draufstellen kann Ja Ja, Lon Lon Kaffee Ist zufällig jemand Farmer? Ich habe jetzt Lust auf Kaffee und Kakao Und da schön ein Stück Bananenbrot zu, oder? Mächtet so lecker mein Bananenbrot, Leute Sau geil Da sind noch Nüsse drin Und Zartbitter Choco Chunks Sind da noch drin Mega lecker Also ich kann Hier ist ja noch ein bisschen Hier ist nichts erschienen Hinten, das könnte vielleicht später funktionieren Aber aktuell nicht Verhältst du uns das Rezept auf Discord? Äh, wir können es nochmal raussuchen Ja, wir haben ja auch nur ein Rezept nachgebacken Äh, mach ich dann, ja Kein Problem Mist, das Vieh wieder da Schnell hoch Aber wenn du Sonst Dislike Okay Ähm Du hast meinen Respekt für Multitasking Ich kann der Äh, kann der Kann dir kaum folgen Mit Chat lesen Und zuschauen Ich kann mir selber auch nicht folgen Ich mach einfach Manchmal passiert was Gutes Manchmal passiert was Schlechtes Jetzt zum Beispiel Passiert was Schlechtes Ey, da zocken die Leben Was zur Hölle Gott Ich will nur schnell weiter Oh, ich werd hier weggewürgt Gleich muss ich Milch trinken Gott Hilfe Du musst noch nebenbei zocken Ich wäre verloren Bei mir gibt's heute lecker Ey, bei mir gab's heute auch Bolognese zum Mittag TJ, nice Geilo Bolognese Ah, geil Gab's heute bei drei Leuten Nicht schlecht Milch, Heilung, schnell Nee, nee Okay, hallo Skullteam So, was machen wir hier Haben wir hier was unsichtbares Guck mal, da steht einfach Da ist Heilung Hehehe, keine Milch Gumbo Oder meinst du Gumba Hast du ein Gumba aufgeschnitten Gezuna Was ist ein Gumbo Gumbo kenn ich nicht Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Ich hatte auch Bolognese mit Nudeln Und es ist noch was übrig Das hab ich Ich hab auch noch was übrig Mal gucken, ob ich nachher noch was esse davon Aber vielleicht Mach ich mal auch schönes Brot Bei mir gab's ein Gumba Tür ist jetzt aufgegangen oben, oder? Nee Hä? Jetzt hab ich nicht aufgepasst Was ist passiert? Ist irgendeine Tür aufgegangen? Leute, was ist passiert? Ich hab nicht aufgepasst Pancetta Ich hab die originale Bolognese gemacht Mit Pancetta Was ist Pancetta? Ist das Käse? Ah, die Tür Nee, da komm ich her Gumbo, nicht Gumba Teil lecker Ah, okay Alles klar Danke, Gizuna So, was ist das? Wo steht da eine Säule? Hör auf, ich liebe Bolognese So, tot Ja, jetzt kann ich hier in der Mitte runtergehen Da Okay, machen wir das erstmal Wir folgen mal dem Rat Vom lieben Jens Pancetta ist Speck Ah, okay Speck hab ich nicht reingemacht Ansonsten Ja, auch ganz normal Suppengemüse halt Ähm, so kenn ich das zumindest Ah, das ist gut Ich mach mir Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten und Chili Hört sich auch gut an Aber Chili mach ich auch immer rein Also, machen wir auch immer rein Chili ist einfach Muss ein bisschen scharf sein Einfach, oder? Ich hab Sushi gemacht Sushi ist auch gut Auch mega lecker Hä? Ach, jetzt haben wir hier einen Fahrstuhl Wie cool Hat's die Fledermaus wieder da? Und meine Kiste ist weg Okay, also Kiste mitnehmen Und dann Können wir die jetzt da unten draufstellen Sehr, sehr gut So, jetzt müssen wir aufpassen Dass wir uns nicht irgendwie krass treffen lassen Und die Kiste kaputt geht Einfach zack Dann drauf da Und schnell da rein So, A-127 Hallihallo Boah